Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nabila? 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 Vieni su, corri! C'è una puzza tremenda! Non la senti? Si! Mi sento male! Vieni! 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 Ich hab ihn nicht verletzt. Okay. Chi è? Chi è? Chi è? Vaffanculo, dinti entra. Dottor? Sì? Ha capitato una cosa importante. Ma te ne vaffanculo, te ne ho trasferito. Non sia mai, dottor, sempre fedele. L'alu condominio a via Avenue de Mont Blanc c'è una puzza di uova marcia che vedrà l'appartamento, puzza di fogna che una ragruma. Fogna che faccio ai traumi, dico io? Comunque stanno derutto e casella là. Io me lo condominio, dottor. Senti, dintino, c'è una febbre, sai? Ce li siamo. Che? Un decimo livello. Io ho la febbre a 37 e mezzo, non mi posso muovere, va bene? No, dottor, 37 e mezzo, mica febbre. Che ne sai tu? Ma che fai il medico? Fai l'infermiere, cosa fai? Poco c'è manco, dottor. A c'è pagati curo io le bestie di zio Mingè. A fai tutta le miei, che con la manca che aveva. Hai? Ja, ich bin ein bisschen. Aber ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Das ist ein bisschen. Nein, nein. Es ist nicht ein Wettbewerb? Ich habe das ja noch. Ich bin ein bisschen. Hi. Pietro Letta, ich bin der Kondomir. Ich bin der Kondomir. Ich bin der Kondomir. Ich bin der Kondomir. Was? Ich bin der Kondomir. Oh, das ist ein bisschen. Hottelbe. Schmerz Sie, schmerz Sie. Ja, sie sind. Ich bin der Kondomir. Ich bin der Kondomir. Ich bin der Kondomir. Ich bin der Kondomir. Ja, ich bin ich. Das ist der Kondomir. Ich bin der Kondomir. Ich habe eine Behandlung. Was sie haben? Sie sind... Sie sind... Sie waren die Morsi-Konimiri. Mein Schaaf. Deve sehen, wie es ist es da so. Ich magne, aber nicht nur, Herr Kommissar. Ich bin ein Kipiano. Secondo, wie es er war? Pampaniscus o Bonobo. Ein Tier, ein Tier für seine Propension zu praten. Er ist ein Tier, 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 ein Tier. Gesù Cristo. Adesso lo vediamo.